Freust du dich auch darüber, dass der Frühling vor der Tür steht? Und planst du auch ein bisschen zu entrümpeln? Und zwar nicht nur deine Wohnung und deinen Keller, sondern auch deinen Körper? Entgiften, entschlacken, den Stoffwechsel ankurbeln, wieder ein bisschen besser in Form kommen und sogar ein paar Kilos zu verlieren? Gib deinen Zellen den nötigen Kick dazu. Wir zeigen dir sehr gerne, wie du dies auf einfache, natürliche und sehr effiziente Art machen kannst, indem du deinen Fitplan optimierst. Melde dich und starte mit uns fit in den Frühling.